hallo liebe leute und willkommen zu einer super spannenden tollen folge hoffentlich mit der christina hallo bedwars übrigens genau desperado und ich sammle schon wieder fleißig hier ich nicht machen wir unsere alte taktik ja wir haben jetzt schon so ein bisschen was ausgetüftelt hier 40 ne ich brauche 60 um rüber zu kommen tatsächlich so ich warte jetzt hier im wasser so ich schlaufe los du rüstest dich am besten komplett aus weil ich glaube die sind schon richtung mitte ok dann baue ich zuerst mal hier unser bett zu zwei kisten was meine softboxen blenden heute irgendwie was die softbox oder das ist tatsächlich die uhrzeit du hast dir eine softbox geleistet ich habe sogar zwei vor mich stehen hätte ich auch gerne damit mein gesicht ja ich mache es mit meiner billigen schreibtischlampe ich habe gewacht dass er kommt ich dir mit dem messer und da kommt dann die akse beide sind flucht war geil aus wie zwei angerannt kamen und du dann angerannt kommst und ich gehe ich dann aber warte ich ich kill die sofort ich mache mir noch berüstung gut kill die der eine kommt glaube ich von mir ich bin für eine bombe mario sollen wir es noch mal machen sollen wir sie noch mal pflanzen lassen ja gut wobei lass erstmal auf dem boden und danach die bombe platzen lassen ja mit dem bogen sind wir halt sicherer dass sie uns nirgendwo so leicht runter kicken und dann hier die ich hänge am gold unten ok ich äh ich wüsste mich noch aus und dann räche ich dich bekommt aber niemand hat den bogen hat er ja und ein richtig und ein gutes 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 schwert hat er wenn er kommt dann habe ich ihn ich habe so dass man an ich wollte von der seite noch mit fragen so den einen habe ich zumindest mitten in den tod gerissen ich bin auch fast da und ich habe noch zwei dm und der eine versuchte die ganze zeit ja der hat tatsächlich einen bogen der eine auf mich draufzuschiehen gut machen wir das so ist das der mit dem bogen ja in der mitte ist der mit dem bogen und der andere versucht einfach ganz rein zu laufen ich stehe jetzt einfach so lang und lockt ihn bis der keine pfeile mehr hat was er hat mir glaube ich fünf leben in einem schuss oder sowas gezogen ich tänze immer so ein bisschen nein egal der kommt der kommt der kommt soll der kommen ich hab mal nicht wir haben kurz noch weg starb ich tanze mal ein bisschen tango und tanze mal ein bisschen tango was ach die haben doch gerade gehackt hast du es gesehen der eine ist irgendwie um den block rum geflogen also entweder hat er die übelsten jump and run skills nein kommen wir müssen den schlagen das kann er sonst baut er das bett ab wir müssen einfach draufhauen mit der hand auf dem weg zu denen ja oder so aber geht nicht blöcke blöcke kacke er redet aber gerade zurück war es ernsthaft ohne scheiße aber ich habe jetzt mit runter gedings ich schwöre der ist geflogen die machen das aber nicht so auffällig weißt du wir wollen wohl nicht gebannt werden auch mit der hand gekillt 3 smaragde nice aber gerade eben das war auch schon merkwürdig da dieser schweif von denen ja wieder da um die ecke gesprungen was meinst du ich baue die bombe tu das ich geh mir jetzt tatsächlich hast du noch reisen acht und wer ist wieder hier okay das tut ich renne nur mit dem knockback sticktübe waffne drüber jo mach ich aber auch immer als ob zwei schläge nice also nicht nice aber nicht mal mit dem eisenschwert ne ich habe keine rüste hier an okay der ist schlau er bleibt da drin damit er nicht runterfällt eine spitzhacke wäre nice dann kann ich unter dem die blöcke abbauen ich habe eine spitzhacke aber der baut sich eh gerade hoch hat der einen boge nee hat er nicht kacke wo ist der ich habe den runtergekriegt ah da stand der ach ich habe nicht gesehen von wo ich geschlagen wurde kacke ach warte bist du ha ich habe dich außerdem fast getötet ja ich glaube ich habe jetzt vier smaragde ich kriege ja keinen schaden von dir oder kannst du ne noch zwei wenn du noch zwei smaragde kriegst dann kannst du dir tatsächlich einen infinity bogen holen soll ich das machen oder hier kryptonit um noch vier mal lieber auf den bogen der ist wichtiger bei den beiden ok alles klar wobei wie schnell geht er eigentlich kaputt ich habe nur die anzeige gesehen dann frage wo und wie ich da so wirklich mein eisen bekommt man auch schnell ach als ob man fuck der mich ab sorry ja dann hast du aber auf jeden fall einen bogen ohne gold gehabt zu haben ne ja stimmt ja gut das ist ein argument kommt er ja da wird mich jetzt dauern haben ja scheiße den einen habe ich mit runtergenommen ja den einen muss ich jetzt mit der hand kennen und dadurch verlier ich wahrscheinlich noch ganz viel smaragde wenn nicht sogar alle wir brauchen spitzhack wir brauchen draußen eine kiste mit einer spitzhack er denkt er kann so nicht getroffen werden versuche das mal durch zu waschen wobei ich hätte noch eins mag die sind schon wieder hier bei uns auf der bar ach komm schon ey die lassen es ja keine zeit fragt bloß der hat einen bogen ne war was anderes ich sagte gar nicht einen bogen gehabt naja kacke ich hab noch ein leben oh mann, oh mann, oh mann NEIN wow ich dachte grad ich werd mal du bist egal scheiße achtung die kommen beide rüber ich hab übelst den fail gemacht mal gucken ob der eine wieder fliegen wird ah nice ach du hast du blöcke? ne, pass auf hier kommt ja aber jetzt kannst du runterkicken weil ich schon hochgelockt habe kacke sitz da steht er zwar sicher aber sobald ach kacke der steht ja immer noch kacke komm schon oh ich bin nicht falsch an drauf gegangen das gibt's doch nicht hallo hallo ja uu 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 ich halt auf ich halte auf ich halte auf verpiss dich geht nicht es geht nicht es ging nicht da kann man keine blöcke setzen das sind slabs ich hab dir auch noch gesagt das soll's gehen ja ich bin doch hab doch versucht mich hochzubauen ich konnte da keine blöcke setzen aber das war die falsche seite das war nicht unsere seite ja klappe das unsere oder? nein das war die seite der gegner what? ok ja ok ja dann hat sich das erledigt orientierung und so egal dann haben die das gold haben die ja auch nicht wieso hab ich mir ach das ist mir so scheiße ich hab mir grad zwei knockbacks sterbe gemacht ach die gehen mir auf den sack ich hab keinen bock mehr ach komm mir tut der Finger weh mir tut der Finger weh vom sneaken und laufen wie hältst du denn die Tastatur? scheiße wie so ein Kruppel ok na traust du dich zu kommen? wow 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 sehr nice und ich krieg auch noch beide Kills hohoho wie mies schlawinski äh vier vier Eisen sind da und da überhaupt noch was in der Kiste? ne ich hab da vier Eisen äh hingeschmissen ach so wo? ah vier ähm also ey komm die ich hatte die beste Rüstung Mario und mit zwei Schlägen mit einer Spitzhacke hat er mich ne ein Schwert aber geht trotzdem kein Eisenschwert der läuft doch bei dir hin sieben Minuten noch dann ist das Match ne? wie viel? sieben Minuten was? also die machen echt unnormal Damage ok nice der eine der hat einfach kein Leben mehr der muss doch jetzt mal langsam down gehen äh irgendwer baut ja was ab so jetzt ok ne sah grad nur so aus aber mir hol den Pack so ach ach ich hab was weißt du was? ich weiß viel lass mir mal Blöcke und so ein Kram hier ich mach mir jetzt Blöcke und eine Spitzhacke und wenn die ich geh hinter das Haus und du lockst die beide hier vorne rein und wenn die hier drinnen sind dann lauf ich schnell rüber und baue denen ihr Bett im Hinterhand ab weißt du? mhm ok ok dann lauf ich jetzt hier hinter Achtung aber wenn ihr dann unser Bett bekommt so ach man ist es so schwer die nicht zu töten ach man sorry den nächsten lass ich rein am besten beide ja gut weil der eine ist besser ausgerüstet naja die müssen beide damit und weißt du was du dann machst? was denn? töte die nicht töte die nicht weil dann sind die wieder finden weißt du? ne du hast ne Spitzhacke meinst du ich hab ne Spitzhacke ja du darfst die dann nicht töten weil dann sind die wieder dann kommen die wieder auf die Sprünge du musst dann besser rennen hier im Kreis oder sonst irgendwas keine Ahnung töten kann ich eh nicht die werden mich in der Zeit ganz oft töten ja ist egal dann sollen die das machen der andere kommt auch Achtung ach dass sie mich hier runter geht ach dass sie mich hier runter geht rennen wir zurück als ob du dir was am 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 Dings machst ok ich renne jetzt einfach ganz weit wieder rein ok du rennst rein ich renne weg ja der versucht das hier drin zuzubauen ok ok ich bin zum Glück drin gespawnt ok und diesmal bin ich draußen gespawnt aber ich komm wieder rein sind die noch bei dir beide? äh ja aber der eine ist fast an unserem Bett und einen hab ich getötet oh doch nicht getötet ok ok der eine ist bald an unserem Bett ist egal versuch den warte ich bin jetzt auch bei den der andere kommt rüber zu dir jo ist egal der hat ein Schwert wenn er mich jetzt killt bin ich tot so und ich hab den im Bett auch sehr nice ich werd das ganze wohl nicht überleben obwohl obwohl come on das überlebst du ich hab 10 Smarakte äh Gold meine ich 20 21 aber ich sitz hier fest ich sitz in der Mitte mit 21 Gold fest ok ich rüste mich aus wenn ich nicht weiß wo die sind komm ich auch nicht raus äh warte ich bring dir Blöcke ja ok bist du das? nein boah das bist du über mir aha scheiß das XRP XN1 hast du Blöcke gekriegt? ich trau mich nicht hier raus zu kommen weil er mich gesehen hat ich bin tot ich bin tot nein er interessiert sich nicht für mich er interessiert sich für mich ich bin tot jetzt bin ich tot oh ok cheat die Blöcke die liegen einfach hier auf dem Weg die kamen nicht mehr bis nach unten scheiße man kenn ich ja sonst über adapt and run raus doch ich wär ja raus gekommen ok ja hätte mich eh getötet ich brauch was essen zu essen ja wenigstens kann ich jetzt zugucken Achtung der kommt ich will nicht ghosten aber du siehst es ja selber oh das wird ach schade na ich würde sagen das war eine super spannende Runde mit viel hin und her wenn es euch gefallen hat lasst uns beide einen Daumen nach oben da der Mario ist wie immer unten verlinkt willst du noch was sagen und sie bei mir auch ähm genau nein ok dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020